Jani Hönscheid und Pilkus Mag, das Baby ist da Jani Hönscheid und Pilkus Mag sind zum ersten Mal Eltern geworden. Am Mittwoch um 6.22 Uhr brachte die ehemalige Surfmeisterin einen gesunden Jungen zur Welt. Und der kleine Knirps legte einen ganz schön dramatischen Auftritt hin. Eigentlich dachten die frischgebackenen Eltern, sie hätten noch Zeit bis der Nachwuchs das Licht der Welt erblicken wird. Am Dienstag kündigte der Moderator bei Facebook an, noch eine Woche bis zum Geburtstermin. Das allerdings nur wenige Stunden später bereits bei der Sportlerin die Wehen einsetzen, damit hatte wohl keiner gerechnet. Alles fing eigentlich normal an. Wir sind Dienstag sogar noch mit dem Boot gefahren, verrät der ehemalige Sobstar im Interview mit der Bild am Sonntag. Um 22 Uhr setzten bei der 27-Jährigen dann die Wehen ein, nachts um drei ging es für das Paar ins Krankenhaus. 8 Stunden Wehen plus einen Kaiserschnitt Doch während der Presswehen kam es zu Komplikationen. Das Baby steckte im Geburtskanal fest. Die Hebamme konnte schon sein Köpfchen spüren, und plötzlich war alles auf Stopp. Überall Ärzte, alles hat rot geblinkt und sie musste in den Op, so der Moderator. Die Ärzte entschieden sich für einen Notkaiserschnitt. Im Grunde hatte ich zwei Geburten. 8 Stunden Wehen plus einen Kaiserschnitt, erzählt Yanni. Jetzt ist die kleine Familie endlich zu dritt. Den Namen des Spröslings wollte das Paar allerdings noch nicht verraten. Nur das Gewicht des Babys gaben Peer und Yanni bekannt, stolze 3.900 Gramm. Der Moderator und die Surfer hatten sich erst im Oktober 2016 in der RTL Show Adam Sucht Eva kennengelernt. Nur vier Monate später war Yanni von Peer schwanger. Mehr zu den Themen Unterhaltung, TV, Berkus Mag, Yanni Hönscheid, Adam Sucht Eva